Nachdem wir vor einigen Tagen bereits über Ripple und die Thematik mit der SEC gesprochen haben, gibt es hier nun endlich neue Informationen, ein neues Datum. Und warum das alles verschoben wird, das besprechen wir jetzt. Und damit erst einmal ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an den Tag gestartet. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, einen Daumen nach oben da lässt und natürlich einen Kommentar schreibst. Das würde mir und dem Video extrem helfen. Tut aber auf der anderen Seite nicht weh. Ich muss aber noch einen ganz kurzen Nachtrag zum gestrigen Video loswerden. Du hast es sicherlich mitbekommen. Crypto.com wurde gehackt und in dem Video habe ich darüber gesprochen, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, noch keine Infos gab, dass irgendwelche Kapitalströme von irgendwelchen Usern abgegangen sind. Das Ganze hat sich aber innerhalb der letzten Stunden und des letzten Tages eben auch komplett gewandelt. Ich habe sogar E-Mails von euch bekommen, dass teilweise eure Bestände gestohlen worden sind. Das rückt das natürlich in ein anderes Licht. Trotzdem ist das natürlich eine unglaublich unschöne Situation, in der wir uns gerade befinden. Deswegen wendet euch direkt an den Support. Das kann sicherlich zu Verzögerungen erstmal kommen und das tut mir auch extrem leid, dass das passiert ist. Am Ende muss natürlich Crypto.com komplett aufschlüsseln, woran es lag und Sicherheitslücken schließen. Das, was man ihnen aber erstmal nicht vorwerfen kann, ist die fehlende Transparenz, denn die bestand. Und es wurde innerhalb von kürzester Zeit sofort eben auch die eine oder andere Maßnahme ergriffen. Das sind natürlich positive Punkte. Endet aber nichts natürlich daran, dass Bestände scheinbar gestohlen worden sind. Und ich hoffe, dass ihr die schnellstmöglich wieder zurückbekommt. Wir springen nun erst einmal in das Thema Ripple und XRP. Das Ganze ist ja ziemlich interessant und wir verfolgen das ja auch schon sehr, sehr lange mit. Denn es gibt ja weiterhin einen Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der SEC. Das Ganze dreht sich immer noch um den illegalen Wertpapierverkauf, sagt jedenfalls die SEC. Deswegen haben sie eben auch die Klage gegen Ripple Labs erhoben. Der CoinXRP konnte dadurch natürlich auch richtig ordentlich an Fahrt verlieren, wenn wir uns nämlich mal die Situation angucken, die wir 2018 hatten. Dort haben wir immer noch einen All-Time-High von über 3 Dollar gesehen. Kontinuierlich ging es dann nach unten und das war dann auch ungefähr der Start, als die SEC dann wirklich gegen Ripple Labs vorgegangen ist. Zwischenzeitlich konnten wir dann nochmal so Richtung 1,70, 1,80 steigen. Und gerade sieht es eher wieder negativ aus, wobei aber das auch auf den gesamten Kryptowährungssektor angewandt werden kann. Denn auch Bitcoin, ETH und die meisten anderen Kryptowährungen, die performen gerade auch nicht überdurchschnittlich gut. Und deswegen gibt es eben auch beim XRP-Preis erstmal ein Durchatmen. Vor einigen Tagen habe ich auch ein Video darüber gemacht, dass es nun tatsächlich auch am 19.01., also am heutigen Tag, losgehen soll. Das Spannende ist daran, dass sich leider dieser Termin nochmal verschoben hat. Du hast richtig gehört, die SEC hat es natürlich nochmal hinbekommen, dieses Thema weiter in die Ferne zu rücken. Der neue Termin, der nun announced wurde, ist der 28. Februar 2022. Das große Problem sind scheinbar die Covid-Infektionen, die es aktuell gibt. Und dadurch eben auch das große Problem, dass eben zum Teil das Personal nicht vor Ort sein kann. Man möchte sich natürlich auch schützen und diese ganzen Thematiken. Also hier gibt es definitiv einige Gründe, die aufgetischt werden, um diesen Termin hier weiter zu schieben. Und dann, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Am Ende geht natürlich die Sicherheit der Mitarbeiter vor, ganz klar. Trotzdem versuchen beide Parteien, sich natürlich weiter in eine positive Position zu rücken. Deswegen gab es tatsächlich auch weiter den Antrag von der Ripple Labs Organisation, auf Dokumente Einsicht zu bekommen. Und das wurde tatsächlich nun auch genehmigt. Und das Ganze findet ihr in dem Dokument. Ich verlinke euch ja unten in diesem Google Docs, was ich mit angehangen habe, sowieso alle Quellen. Und da kannst du dir eben auch diese Information nochmal ziehen. Und hier gibt es tatsächlich auch dieses offizielle Dokument, wo dann eben drinsteht, dass tatsächlich der Zugriff von Ripple Labs auf diese Dokumente eben gewilligt worden ist. Das Ganze ist natürlich ein positiver Aspekt, der das Ganze nach vorne rückt. Und theoretisch auch Ripple Labs in ein besseres Licht rücken könnte. Denn Ripple Labs behauptet ja immer noch, dass die SEC es nur gegen XRP abgesehen hat. Oder beziehungsweise eben in dem Fall Ripple Labs denunzieren möchte in gewisser Weise, um das mal komplett zu vereinfachen. Und dieses Dokument würde am Ende dann beweisen, im besten Fall, dass die SEC in der Vergangenheit andere Kryptowährungen nicht als Wertpapier eingestuft hätte. Und dann wäre eben die Argumentation auch zu sagen, okay, wenn ETH oder BDC nicht als Wertpapier eingestuft wird, dann ist das XRP eigentlich auch nicht. Das bleibt also in dieser Hinsicht auch extrem spannend. Hier hast du 23 Seiten, die du dir in Ruhe mal durchgucken kannst, wenn du das möchtest. Egal, wo wir also uns hin bewegen, Ripple wird das Ganze also erst am 28.02. theoretisch ausfechten können, wobei aber auch dieser Termin theoretisch nochmal geschoben werden kann. Und wenn wir uns mit den Basisdaten von XRP einfach mal so beschäftigen, dann wissen wir, dass das extrem gut funktioniert. Also wir sprechen hier natürlich von dem XRP Ledger, denn wir wissen, dass die Transaktionsgeschwindigkeiten im Vergleich zu den großen Kryptowährungen schon sehr, sehr schnell ist. Wir sprechen von vier Sekunden. Das ist natürlich eine richtig ordentliche Hausnummer. Wir sprechen von ungefähr 1500 Transaktionen pro Sekunde. Das ist ähnlich wie bei Visa, aber natürlich auch nochmal langsamer, als es bei Solana aktuell der Fall ist oder wie es eben auch bei Cardano in Zukunft der Fall sein wird, wenn Hydra und diese ganzen anderen Skalierungslösungen dann eben gelauncht werden. Aber es geht hier ja auch nicht um die Kryptowährung selber, sondern es geht ja auch quasi um in dem Fall internationale Zahlungsverkehre, Länderkorridore, die aufgemacht werden und so weiter. Und da ist natürlich diese Summe schon ziemlich gut. Vor allem ist es eben kostengünstig und 24-7 verfügbar. Das ist eben nicht bei all diesen Protokollen eben verfügbar. Was wir außerdem wissen, ist, dass es mittlerweile 150 Validatoren gibt. Das Ganze wird eben auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und, und das ist sicherlich eines der interessantesten Aspekte, haben wir eben auch ein sehr, sehr großes Ripple-Ökosystem. Viele verschiedene Partner, viele verschiedene Unternehmen, die mit Ripple zusammenarbeiten, die in gewisser Weise auch Produkte integriert haben. Und wir haben hier eben eine unglaublich lange Liste an verschiedenen Unternehmen. Und wenn ihr euch da mal in Ruhe durchscrollt, dann werdet ihr eben auch die ein oder anderen großen Partnerschaften eben finden, wie zum Beispiel SAP, um hier einen Namen zu nennen. Aber eben auch viele weitere Banken, die bereits in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt haben, die sind hier ebenfalls mit dabei, um eben verschiedene Zahlungskorridore zwischen verschiedenen Unternehmen eben aufzubauen, beziehungsweise zwischen verschiedenen Ländern quasi aufzubauen. Mastercard ist hier zum Beispiel eben auch dabei und wir sprechen hier mittlerweile von 394 verschiedenen Einträgen. Das ist natürlich schon eine richtig starke Hausnummer. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass letztendlich der XRP-Preis steht und fällt mit dieser SEC-Entscheidung. Ich hoffe, dass wir am 28.02. hier weitere Entscheidungen sehen werden. Auch wenn ich ehrlicherweise davon ausgehe, dass wir hier dann noch keine Entscheidung sehen werden, jedenfalls keine Finale, sondern dass sich dieses Thema weiterhin ziehen wird, trotzdem könnte das eben die Situation und dieses ganze Verfahren auf die nächste Ebene heben. Und am Ende steht und fällt der Preis eben mit der Entscheidung der SEC beziehungsweise von der Richterin Netburn, die sich dann am Ende für eine Partei entscheiden wird, wer eben Recht bekommt und wer eben nicht Recht bekommt. Und das kann natürlich Auswirkungen auf den gesamten Kryptowährungssektor haben. Wenn die SEC nämlich gewinnen sollte, kann es eben sein, dass sie dann die nächsten Schlachtzüge dann eben initiieren wird, um verschiedene andere Unternehmen anzugreifen aus der Kryptoszene. Wenn Ripple Labs gewinnen sollte, dann könnte das sich eben extrem positiv auf den Kryptowährungssektor und auf regulatorische Fragen auswirken. Ich bin also extrem hyped und bin der Meinung, dass wir in diesem Jahr eben eine Entscheidung sehen werden, vielleicht noch nicht in Q1, aber hoffentlich dann in Q2 oder Q3. Das wäre auf jeden Fall ein extrem positives Zeichen für den gesamten Markt und könnte eben auch XRP wieder zu alter Stärke zurückführen. Doch wie denkst du eigentlich über die ganze Situation? Glaubst du, dass Ripple Labs wirklich eine Chance gegen die SEC hat oder nicht? Schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, schreib einen Kommentar, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.